Hallo ihr Lieben. Ja, jetzt sitze ich hier. Der letzte Tag vom Jahre 2010 ist da. In knapp zehn Stunden ist es soweit. Wir sagen Bye Bye 2010 und Hello 2011. Wir wollten uns noch mal ganz herzlich bei euch bedanken für dieses tolle, großartige Jahr. Wir hätten niemals damit gerechnet, dass es wirklich so toll wird und dass es einfach nur möglich gewesen mit eurer Unterstützung. Ihr habt mit uns getanzt, mit uns gefeiert, mit uns gesungen und wir haben Partys mit euch erlebt. Da hätten wir niemals dran gedacht. Und ja, wir freuen uns oder würden uns sehr freuen, wenn das nächste Jahr genauso erfolgreich losgeht und seid einfach wieder dabei, unterstützt uns, schickt uns eure Bilder, eure Videos, weil ohne euch geht's nicht. Also, wir wünschen einen guten Rutsch, viel Spaß. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Rewind mit Jennifer Braun www. única pätsch היא Weim balmente. Jennifer Braun Sie haben eben��만ig viel Spaß bei der Gruppe Rewind mit Jennifer Braun. Wir haben wahnsinnig viel Spaß bei der Gruppe Rewind mit Jennifer Braun. Das ist der Aushängeschild aus dem Freigau, Rewind mit Jennifer Braun. Wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei Rewind mit Jennifer Braun, unsere Siegerin der Herzen bei UNDASDAF für Oslo. Viel Spaß. Und das wird's bei der Rewind mit Rewind, Jennifer Braun. Vielen Dank.